menschen in münchen wird ihnen präsentiert von der legion akademie münchen menschen in münchen mit jörg van hofen willkommen liebe zuschauer zu menschen in münchen heute geht es um kunst und ich freue mich ganz doll darauf mit christina gallmetzer die aus südtirol stammt über kunst zu reden weil sie haben ja ein tolles projekt gestartet erzählen sie mir von dem projekt worum geht es da also das projekt ist eine porträtserie von frauen unserer gesellschaft also die idee ist einfach entstanden beim biergarten treffen mit einem befreundeten kunsthistoriker und wir waren so am überlegen was was jetzt in der kunst eigentlich so passiert und ich habe gesagt ich mache gerade so ein porträt ich finde einfach es ist an der zeit dass frauen mehr sichtbarkeit kriegen in der malerei so so ist diese idee entstanden von der einen seite her und das sagte ja als eigentlich war es gibt porträts im laufe der jahrhunderte von vielen vielen frauen meistens waren das aber entweder die musen der der maler oder der künstler gewesen oder königinnen regentinnen die dann so in lebensgröße dastanden oder mutter maria die jesuskind hält nicht auch nicht vielleicht unbedingt in lebensgröße das ist ja so eher weil es ja sehr sehr teuer war früher auch sich solche bilder machen zu lassen deshalb war das immer so ein bisschen reduziert in der größe und ich glaube einfach so frauen sollten eine bestimmte sichtbarkeit bekommen es gibt so viele tolle frauen jetzt bei uns passt natürlich auch in das jahr 2009 10 100 jahre wahlrecht für frauen also dadurch kann man natürlich dieses thema auch wunderbar thematisieren wie haben sie denn die menschen oder die frauen ausgesucht die sie jetzt porträtieren das ist ein guter punkt also erstens ist es so dass es über schon über persönliche beziehungen geht also man spricht ja mit menschen dann darüber was was man so macht und es ist interessant wie die leute darauf reagieren und die sagen das finde ich cool und da wüsste ich jemand und so ist jetzt eigentlich das erste porträt entstanden das ging über eine befreundete medizinerin und die sagte ich kenne da jemanden und das war so der ansatz und dann dachte ich mir aber wie kann ich denn solche porträts jetzt verbinden und da habe ich auch eine ganz tolle frau kennengelernt eine schweizerin ich weiß nicht ob man den namen nennen darf das ist frau nicole brandes die ist coach und die habe ich im roman herzogsinstitut kennengelernt beim vortrag so über zukunft und wir haben uns dann überlegt wie sollte man frauen charakterisieren und ich da sind wir zu dem punkte kommen so vier c's also die sollen charaktervoll sein charismatisch also eine ausstrahlung haben couragiert aber auch charmant also es ist ja auch so dass meistens noch frauen anhaftet die gut aussehen dass die vielleicht nicht so viel drauf haben aber das möchte ich gerne so in der kunst jetzt wieder legen ja und wir können ja auch gleich mal sagen wen sie da sich ausgesucht haben nämlich die frau professor dr mario kichler ja das war echt unglaublich ja die natürlich auch in der politik eine rolle gespielt hat eine kurze rolle jetzt als ministerin ja die aber jetzt in dem neuen ja in der neuen auswahl von von söder nicht mehr ihr ministerium bekommen hat aber natürlich in in der medizin eine eine sehr große und wichtige rolle gespielt nach wie vor absolut jetzt wie wie porträtiert man eine solche frau das war die frage also wir wir haben uns ja getroffen und überlegt was uns beiden wichtig ist und es war so dass wir tatsächlich nicht das politische in den vordergrund stellen wollten sondern ihre lebensaufgabe und ich finde das unglaublich was man so leistet gerade in der medizin und als ärztin und medizinerin haben wir uns überlegt wäre es wahrscheinlich das beste ich potete im op outfit und das hat jetzt zwar nichts damit zu tun ist dass die frau an sich jetzt besonders schick dargestellt wird sondern wirklich in ihrer berufung und in ihrem einsatz für die gesellschaft das fand ich super im arbeitsoutfit im arbeitsoutfit und dafür haben wir uns dann auch in der klinik getroffen also sie hat tatsächlich das op outfit geholt wir haben da die fotosession gemacht ist mir wichtig dass ich auch die fotos von anfang an mache und so ist das porträt entstanden und auch so die haltung und alles also ich finde das passt sehr gut zu dieser frau wir haben etwas sehr spannendes vor wenn wir jetzt in ihr atelier gehen dann kommt nämlich auch gleich der ehemann der marcel reif ja den ich auch noch nicht kenne spannend sehen sie ich habe mal ganz ganz früher mit ihm zusammengearbeitet das ist schon ewig her ja wirklich toll und er kommt eben mit seiner frau die sie porträtiert haben und dann werden wir sozusagen dieses bild lüften und sie werden sozusagen gemeinsam zum ersten mal diesem bild gegenüberstehen spannend ja also meine ganzen männlichen freunde und kollegen die sind heute ziemlich neidisch dass also herr marcel reif heute da ist die habe ich schon eingedenkt mit all den legenden die er im laufe seiner jahre ja schon in seinem job so vollbracht hat also deshalb ist es wird sicher sehr spannend also er ist auf jeden fall ein guter rhetoriker so wie seine frau auch und von daher freue ich mich da muss ich nicht mehr so viel sagen er wird sich vor allen dingen wahrscheinlich über dieses bild das eine oder andere würde da äußern ja mal gucken und dann werden wir gucken und wir warten da jetzt ganz gespannt drauf wenn die beiden kommen was sie zu ihrem bild sagen sehr gut frau professor dr kiechner marcel reif sie gehen jetzt gleich in ein zimmer rein oder in ein atelier wo ihre frau wo sie porträtiert worden sind also ich habe mir das bild gerade angeguckt das ist genau in dieser größe warum haben sie das machen lassen naja ich die frau gallmetzer kam auf mich zu mit diesem projekt sie wollte tolle frauen porträtieren und nannte dann mich um so meinen namen sprach mich an in einer reihe von wirklich tollen frauen da habe ich gedacht nee da kann sich nein sagen warum nicht schmeichelt mir natürlich auch dass sie auf mich zukommen kam also ich glaube nein zu sagen war für mich keine option und als sie dann nach hause kam nachdem sie gemalt wurde wie wie hat das dann auf sie gewirkt gab es eine reaktion sie war nicht groß verändert nach dem mal nein sie hat mir irgendwann mal gesagt dass ich habe sie dann auch gefragt haben ja gut also so bildet man legenden haben sie denn schon schon platz bei sich in der wohnung und im haus ausgesucht wo sie sich dann hinhängen werden also mein mann und ich wissen gerade umgezogen haben uns verkleinert in eine stadt wohnung als es wird schon wird schon knapp aber wir haben uns schon platz überlegt also wir hätten schon einen schönen platz dafür können ja mal langsam richtung atelier gehen starke frauen und starke männer ja aber als nächstes müssen sie sich porträtieren lassen ja mal sehen nein nein ist doch gut ich bin stolz doch toll wenn jemand auf sie zukommt und das schätzt was sie macht das passiert ja nicht einfach so weil jemand einfach langeweile hat ich komme auch noch klar ohne ein porträt nein nein also sie hat ja das dieses thema starke frauen hat sie ja sozusagen zu ihrem steckenpferd gemacht passt natürlich ganz gut 100 jahre frauenwahlrecht ist natürlich eine sache die jetzt auch in diesem jahr stark diskutiert wird in ihrem beruf wie stark sind da frauen im vergleich zu den männern ja leider sind auch frauen in der medizin in führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert wir haben ja jetzt lange gewartet in der medizin in der hoffnung dass es besser wird weil es gibt im nachwuchs sehr sehr viele frauen sogar viel mehr frauen als männer medizin studierende fast 70 prozent frauen aber wie gesagt nach oben wird die luft dünn meine meinung ist wir brauchen kurzfristig wie in der politik auch oder in anderen bereichen eine quote ansonsten geht es nicht also wir brauchen zielgrößen wir brauchen gesetze man hat jetzt eigentlich auch gesehen mit diesem frauengesetz für die dax vorstände es hat wunderbar funktioniert die aufsichtsräte in deutschland sind jetzt mit mehr als 30 prozent mit frauen besetzt herralf wir müssen gleich darüber reden wie das im bei der sportmoderation aussieht denn da hatten wir im letzten jahr auch das eine oder andere problem aber lassen wir uns doch erst mal lassen sie uns hier reingehen und uns von dem bild begeistern hallo ich freue mich sehr willkommen im atelier so spannend genau ja also wird hat es noch nie gesehen genau jetzt müssen wir ja dann machen wir jetzt gleich mal den aha effekt oder ja ja wollen wir das so machen gut dann würde ich vorstellen sie stellen sich so in die mitte soll das licht anlassen jetzt gerade ja gut ich kann ja helfen jetzt müssen wir erst mal herrn reif fragen sie sind derjenige der es noch gar nicht so vor allem finde ich es auch gut weil es sozusagen in ihrer arbeitskleidung auch ist ja also da wird nicht irgendwie jemand gezeigt mit vielen perlenketten und und schmuck sondern da ist eine frau die die anpackt ja das bringt mein beruf so mit sich ja da muss man anpacken ja wo wollen also wo sie hinhängen wollen ist noch nicht ganz klar oder ja wir haben einen platz im flur ausgeguckt aber hast du nicht vermessen also der flur ist zu klein für das bild ja aber es ist wichtig dass es eben in voller größe ist das ist ja so die idee nicht dahinter dass wirklich die frauen in der malerei sichtbar sind das war so die die hauptidee dazu und es freut mich dass frau doktor kichle die erste ist in dieser serie wir können ja vielleicht mal den arbeitsprozess uns angucken wenn sie einfach mal die bilder die fotos mal ja das ist vielleicht ganz spannend ich habe extra die ausgedruckt dass man so sieht wie das porträt sich entwickelt es ist ja öl und eitempera auf leinwand eitempera deshalb weil ich lege das mal hier so auf dem boden weil es dann nicht glänzt wenn man ganz ganz viele schichten übereinander macht also man sieht hier das war ja am anfang ganz in weiß und dann war das so ein ranrobben an die farbigkeit und auch ob man jetzt nur den oberkörper gemalt lässt oder nicht und man sieht dann auch so der gesichtsausdruck verändert sich auch wieder ständig ich habe sie zwischendurch auch mal verloren dann musste sie dann erst wieder finden so vom ausdruck her sie werden das dann auch selber sehen dass sie dann sich nicht mehr so besonders gehen wie lange haben sie denn da modell gestanden eigentlich nur zwei mal nicht zwei mal genau richtig war hauptsächlich der haut tun dann hatten so ein hautton abgleich gemacht und ansonsten kann ich sehr viel mit dem foto arbeiten nicht dadurch dass ich ja auch selber die fotos mache das ist ganz wichtig wir haben uns ja in der klinik getroffen und das echte op outfit also das ist ja wirklich ihre arbeitskleidung da haben wir uns dann getroffen und die fotosession gemacht und damit kann ich dann schon sozusagen mental meine vorarbeit machen weil ich ja dann weiß wie ich ungefähr also das ins bild setzen möchte und ich fand einfach diese haltung ganz stark weil es sie so zeigt wie ich sie sehe nämlich strahlend aber sehr präsent und ja und aber entschlossen entschlossen genau das ist ein guter ausdruck entschlossen ja war das für sie eigentlich immer einfach in diese position zu kommen haben sie da so ein so ein so ein so ein gehen was sie da so hart stark werden lassen oder wie war das bei ihrer entwicklung ne klar also das war eine entwicklung wie sie sagen als junge studentin bin ich halt so kommt man ja als erstes in die praxis rein indem man sein praktisches jahr macht und es war ein tuttlingen im schwarzwald und alle interessanten fälle sind nach freiburg gegangen in die uniklinik und dann habe ich gedacht genau dort möchte ich hin weil da alle schwierigen fälle gelandet sind dann war ich in freiburg in der uniklinik habe es geschafft dort eine stelle zu bekommen das war damals nicht so einfach und dann habe ich gedacht gut irgendwann will es mal selber chefin werden und so einen laden führen das habe ich mir als junge assistentin vorgenommen und ich ja ziele setzt wenn man sich keine ziele setzt im leben dann kann man auch nichts erreichen aber ich hatte diesen willen und diesen wunsch hatte ich hatten hatten sie vorbilder nur männliche aber das hat mich nicht abgeschreckt weil ich bis dato in meinem leben außer meiner mutter nur männliche vorbilder hatte also ich habe zwei brüdern vater und ansonsten viel mit männern zu tun gehabt von kindesbeinen an deswegen weil mir das geschlecht ehrlich gesagt wurscht ja aber könnte es sein dass deshalb viele frauen eben nicht in diese position kommen weil es so wenig vorbilder gibt ja das ist richtig damals als ich dann den ruf nach münchen bekam vor 19 jahren sagte eine junge studentin in der mensa in kiel zu mir mensch toll ich freue mich für sie und endlich habe ich ein vorbild also es ist doch wichtig dass menschen vorbilder brauchen um den nachzustreben aber wenn sie biografien lesen von erfolgreichen menschen dann haben die meist jemanden im kopf den sie dem sie nacheifern ich glaube das ist schon sehr sehr wichtig im sport ist es ja ähnlich also bei sportmoderation beziehungsweise bei fußballmoderation kennt man eigentlich auch nur männer ein großes argument warum frauen nicht akzeptiert werden von vielen männern ist ja immer dass man sagt die stimme passt nicht inwieweit ist das auch ein argument was für sie gilt und warum ist es so dass in der sport fußballmoderation ganz wenige frauen nur präsent sind also das mit der stimme akzeptiere ich nicht weil das gilt für männer genauso ich kann ihnen genauso leute sagen ertrage ich die stimme nicht da ist sehr viel geschmäcklerisches das ist das ist nicht der punkt aber meine frau sind es ganz simple fakten die kann ihren job oder sie kann ihn nicht und das ist messbar der medizin bei uns ist das nicht ganz so leicht messbar also das mit der stimme gilt für mann wie frau wer das als ausschlusskriterium nimmt für frauen redet schwachsinn ich glaube ein argument und eine begründung ist mädchen wachsen und da ist auch nichts schlimmes dran und darüber muss ich mag ich auch nicht diskutieren mädchen wachsen eher mit puppen auf und jungs er mit mit fußball das hat nichts mit sexismus zu tun sondern das ist ist so das ist auch völlig in ordnung so also frauen sind dann immer eher quereinsteiger beim beim fußball und das macht die sache ein bisschen ein bisschen schwieriger und dann sind es immer noch ganz simple hähnchen muster und und alpha äffchen muster das ist unser revier und alles was da neu kommt bedroht ich habe mich dem ich mag diese diskussion nicht ich wir streiten uns auch ab und zu über 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 quoten ich verstehe was was sie sagt quoten brauchst zuweilen mir sind quoten immer verdächtig ich weil es mir mein haupt argument aus der hand schlägt mich für mich zählt nur ob einer das kann oder nicht kann wenn er es nicht kann ist es weg männlein weiblein und wenn das kann soll das so das bitte machen ein thema noch zu sagen zur quote es geht einfach darum das weiß man das ist untersucht in vielen vielen wissenschaftlichen untersuchungen dass gemischte teams einfach besser sind und darum geht es überall dort wo es teamarbeit ist und medizin ist teamwork da ist es wichtig wenn wir vorankommen wollen auch in der forschung forschung ist auch teamwork das sind jetzt so die beiden metiers mit denen ich zu tun habe aber auch in der politik da hatte ich auch mal kurzfristig was mit zu tun also politik und medizin unter anderem da braucht es einfach gemischte teams weil man dann erfolgreicher ist im sinne der menschen egal forschung medizin oder politik war das für sie nachvollziehbar dass es acht jahre gedauert hat bis die tag die sportschau in der ard eine nachfolgerin für die frau nir wie hier heißt sie die frau ja ja hier haus nie haus ja nee das ist für mich nicht nachvollziehbar weil es es gibt genügend frauen die das gut machen ich glaube und dass das dann lass es gut sein weil das die wahrheit ist ich glaube bei uns in meinem métier ist sind eitelkeiten noch etwas weiter verbreitet und etwas größer ausgebildet als als im métier meiner frau und das macht die sache aber auf keinen fall auch nur ein stückchen besser ich habe das auch so empfunden frauen bringen eine menge input rein aber nochmal ich das bin ich zu alt für das den 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 sprung werde ich nicht mehr mitmachen dass ich mir überlegen muss ach das ist eine frau der sollten wir eine chance geben ach und das ist ein mann und deswegen ist ja schon mal eins voraus sondern ich habe das immer so gesehen bringt mir jemand das kann männlein oder weiblein das ist mir völlig wurscht ich habe keine zeit und keine lust mehr mit 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 genderfragen zu aufzuhalten aber du musst trotzdem eine frage nachschieben denn in der in fußballweltmeisterschaft da gab es ja die frau neumann hieß sie glaube ich die hat hat sie das sie als fachmann hat sie das erstens gut gemacht und zweitens müssen müsste es wenn es diese qualität hat die die frau hat müssen es dann nicht doch mehr frauen werden das ist mein lieblingsbeispiel wir kennen uns ganz gut und ich habe da noch ein zwei mal geschrieben wir unterhalten uns des öfteren das schlimmste was ihr passiert ist ist dass diese frage gar nicht gestellt wurde also kann sie das sie fragen mich jetzt kann sie das das soweit kam ich gar nicht weil ich musste sie gegen irgendwelche neandertaler argumente verteidigen das heißt also sie das ist das schlimmste was ihr passieren konnte ich kann ihnen zehn sachen sagen die ich nicht gut finde wie sie sie macht und darüber könnten wir uns unterhalten nicht weil ich so ich mache es aber schon ein paar jahre also ich könnte und sie hat gesagt menschen lasst uns doch unbedingt treffen lassen wirklich über die dinge reden denn man sagt mir ja nicht nein es gibt entweder schafft mir bloß diese pieps stimme und was immer was da an die stimme und ja keine ahnung dass das immer noch im halbwegs sagen wir mal verträglichen bereich das ging ja dann noch weit unter sämtliche unter sämtliches niveau die sagt niemand hat mir mit mir konkret über meine arbeit geredet und das weiß ich dass das wichtig ist das war mir immer wichtig dass mir jemand kam und sagt hör zu das machst du gut das machst du nicht gut macht das besser und die chance hat sie gar nicht gekriegt das finde ich das schlimmste für sie die beleidigung hör auf du tanzt auf dem seil menschen gucken zu gut bezahlt der nebeneffekt weg tu das weg wenn du kannst und wenn nicht lehn dich an der schulter und und sag mir hilf mir mal du bord ist ja ekelhaft in der tat ekelhaft aber darüber reden wir nicht sondern was kannst du und dann würde ich sagen claudia guck darüber sollte man mal reden da und da die die hat die die hat am telefon weil die so ja bitte 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 lass uns mal drüber reden also nicht weil ich es bin sondern weil ihr das genau gefehlt hat und das ist das schlimmste also wenn du jemanden nicht mehr nach nach seinen fähigkeiten bewertest sondern nur weil du deine ganzen klischees erstmal abarbeiten musst du gar nicht dahin kommt ja die macht das so gut jedenfalls dass sie jederzeit wiederkommen darf wie wir früher immer sagten und ja deswegen noch mal ich weiß nicht ob es noch mehr frauen sein müssen sein sollen wenn jemand es kann kommen wir älteren ich habe auf andere hören auch auf irgendwann braucht ja nachwuchs ob der jetzt männlich oder weiblich ist sorry bedeutet das jetzt für sie dass sie noch mehr frauen sozusagen so als als ja also starke frauen porträtieren damit sich das noch weiter durchsetzt auch bei herrn reiff der sozusagen dann sich auch noch weiter öffnet also ich glaube was herr reiff gesagt hat das stimmt hundertprozentig dass es einfach so klischees gibt ich kenne das auch in der malerei also man hat so ein vor eine klare vorstellung wie muss ein atelier ausschauen wie muss ein künstler sein also man sagt ja auch ein künstler und nicht eine künstlerin das ist schon mal ein manko gerade in der malerei also die malerei ist ein sehr eine sehr männer besetzte domäne frauen hamster tatsächlich schwer deshalb sind die ausgewiesen auf die fotografie zum beispiel mit sind die schirmer die ja so die frauen ins licht gerückt hat in der malerei ist es immer noch ein steiniger weg also man muss tatsächlich sich mehr durchsetzen und mehr beweisen dass man es kann es geht wirklich auch darum dass man zeigen muss okay man kann es vielleicht auch noch ein bisschen mehr um einfach durch das äußerliche sich nicht selber ständig brücke in den weg zu legen also das ist in der medizin dasselbe wie in der malerei und in der kunst wenn sie im flugzeug einsteigen und sie dann die frauenstimme einer pilotin hören wie fühlen sie sich dann sicherer ja ich freue mich also nichts gegen männer aber das ist meine ganz persönliche erfahrung in der medizin gehen frauen respektvoller um mit der verantwortung für andere menschen wie gesagt ist eine ganz persönliche erfahrung männer haben auf dieses ich kann alles gehen in mir oder zumindest artikulieren sie das so ohne dass sie es wirklich können aus meiner erfahrung sind frauen da sehr sehr viel zurückhaltender die geben nur zu das was sie auch wirklich können und ich denke wenn da vorne eine pilotin sitzt die macht auch wirklich nur das was sie kann das wie gesagt nicht gilt nicht für alle aber es ist mein ganz persönliches empfinden und entstanden durch meine erfahrung mit männern und frauen in meinem berufsleben weil es eben auch frauen gibt die sich dann ganz unsicher fühlen wenn sie eine frauenstimme hören aber die frauen wenn sie irgendwas nicht können geben das zu ich habe nie eine frau erlebt also zumindest in der medizin die gesagt ja ja die das kann ich und hat sich dann dahingestellt und hat sich herausgestellt sie kann es nicht und hat dann versagt bei männern erlebt man das sehr viel öfter frauen kennen ihre grenzen männer kennen sie wahrscheinlich auch aber zum unterschied artikulieren die frauen das auch und stehen auch dazu und sagen das muss ich erst noch lernen wenn man sich diese sportkanäle anguckt dann sind es ja ganz oft frauen die da moderieren also die die ergebnisse kundtun und so woran liegt das ihrer meinung nach dass das da keine männer sitzen das nächste klischee weil ich habe ich mache das ja schon paar jahre die die welle wurde dann irgendwann mal losgetreten also los her mit frauen in anderen ländern ist das noch viel viel verbreiteter und nicht zum zum wohle dieser dieser diskussion sondern blond hohe schuhe alle klischees die es so braucht und dann so mehr nummern girl attitüde was ich jämmerlich finde aber nicht gegen frauen auf hohen schuhen und und hübsch das ist alles nicht das thema ich glaube dass da ist das war irgendwann mal umgekippt bei mir bei meinem sender bei dem ich lange zeit gearbeitet bei sky gab es irgendwann am montagabend zweitiger spiele da hat eine frau kommentiert eine frau moderiert und eine frau die die fragen gestellt daraufhin habe ich am nächsten tag gesagt ihr wisst schon dass das sexismus ist was ihr da macht das ist unsinn die bei ihr weil ihr niemanden hilft ihr wollt jetzt etwas zwingen offensichtlich und so pushen und schafft nur argumente für für die dumm beutel die sagen das ist ein weibersender was was unsinn ist jede von denen konnte ihren job aber wenn du das so massiert machst bedienst du wieder andere klischees oder wächst irgendwelche reflexe die 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 der sache überhaupt nicht gut tut also frauen sind sind nicht nur nummerngirls männer können können genauso nach die ergebnisse verlesen frauen können genauso kommentieren wenn sie es können alles immer nur per kranz wissen sie wie das mit den einschaltquoten da war also hat man das wird man bei sky ja auch untersucht haben mit den frauen ja ich glaube das spiel war dann doch schon noch noch wichtiger aber die 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 reaktion die habe ich mir dann am nächsten da auch mal noch mal erzählen lassen ja genauso wie wie ich es befürchtet und erwartet hatte damit ich hole nicht die leute dann dazu die sagen oh ja guck mal endlich ein paar frauen auf dem sender sondern die die sich dann melden das sind die negativen wie wie erleben sie es wenn wenn ihre bilder der von männern angeguckt kritisiert werden ist das anders als wenn frauen drauf gucken es ist vielleicht sogar so dass wenn ich hier offene atelier tage habe oder eine ausstellung habe dass ich zum teil gar nicht auftreten also ich möchte einfach die neutrale reaktion auf die arbeit sehen und und da merke ich einfach dass es tatsächlich ein befangen gibt in der bewertung und ich weiß bei meiner allerersten ausstellung da kam ein trupp an männern also die kam wirklich in der gruppe an und sagten wenn du noch weiterhin tätig bist dann werden wir schritte gegen dich unternehmen also das war so ein gebalze in diesem kleinen rahmen dass man sich schon also auch behaupten musste oder war ich anfänglich auch ganz schön erstaunt wie das hört sich ja an die mafia warum warum haben die das gemacht ist weil die malerei einfach ein sehr klein gesteckter rahmen ist nicht und wenn man damit spielen möchte in diesem ich sag auch männer club dann ist man irgendwie so ein konkurrent eindeutig also es gibt sehr viel konkurrenzdenken in der malerei haben sie das jetzt vorher abgesprochen oder von wem kam die idee dass sie sich jetzt in ihrem medizin outfit da jetzt porträtieren lassen ja die frau gallmetzer kam auf mich zu und dann hat sie mich gefragt in welcher kleidung ich mich wohl fühle oder was ich gut finde wenn es darum ging unter dem thema starke frauen mich zu porträtieren und dann habe ich gedacht naja gut doch in meiner arbeitskleidung in meiner op kleidung weil das der realität entspricht das habe ich jeden tag an und ich denke das kommt dem thema am nächsten und in ihrer arbeitswelt sind 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 fühlen sie sich jetzt ihren männlichen gegenüber immer gleichgestellt oder gibt es da auch situationen wo sie sich denken da sind die männer noch nicht so weit wie ich sie gerne hätte naja sexistisches gehabe passiert natürlich in der medizin auch so alteingesessene männer versuchen das auch immer mal wieder aber mein gott ich bin seit 19 jahren in dieser führungsposition da muss beweist man bei mir auf granit also das kommt einfach nicht mehr an ziehen sie denn bewusst frauen auch nach ja natürlich also ich habe jetzt in meiner 19 jährigen amtszeit vier weitere führungskräfte hervorgebracht darauf bin ich auch sehr stolz nein zwei männer und zwei frauen also von daher paritätisch besetzt so wie es eigentlich natürlicherweise sein sollte oder in unserer gesellschaft auch der fall ist ich will ja nicht nur frauen fördern sondern natürlich auch männer die sind ja auch gut also ich will die frauen fördern aber dabei die männer nicht vergessen und deswegen bemühe ich mich um ein paritätisches förderprogramm bei ihrer porträtierung haben sie da vorbilder wo sie sagen das ist etwas was mich hier auch inspiriert hat ja also die renaissance absolut die renaissance männer wie piero della francesca oder frangelico die wirklich auch gefühl der malerei gelebt haben und von der technik her einfach faszinierend waren nicht das ging ja über die tempera dann bis über diese lasur arbeit und das sind schon also absolut meine vorbilder herr ralf ich spreche sie jetzt nicht auf das umgefallene tor an mit dem sie da viel zu tun hatten und nach wie vor immer wieder darauf angesprochen werden aber dieser sportler hier wenn sie sich den angucken was fällt ihnen da ein dass das sehr sehr schön gemalt ist dass der körperspannung zu sehen ist bewegung ist sehr sehr schön ich habe an dem bild habe ich richtig spaß sehr schön sind sie auch an anderen sportarten interessiert eigentlich oder ist fußball und dann erst mal gar nichts also beruflich war es dann irgendwann mal nur fußball was zu viel wurde das lässt sich nicht mit mit sie eine frau sie auch gynäkologin und nicht doch es gibt auch allgemein nein also ich interessiere mich für sport allgemein aber nicht so intensiv dann also ich kann ihnen jetzt nicht zum turm springen zum beispiel kann ich nicht so viel erzählen wie zu ein paar anderen sportarten oder wie zum fußball paar anderen welche was was wäre nach fußball die nächste alles okay weil ich damit angefangen habe kommentieren und ja wenn der wenn der sonntagabend habe ich ziemlich viel auf die auf die platte gespeichert dinge die auch wo ich dachte aber wenn ich puh aber das ist ich inhaliert es so und am montag geht dann so an den rändern geht es wieder raus das fußball thema das fußball thema weniger das bleibt weil das war ich das woche darauf wieder weiter spinnen muss aber die anderen dinge also was mir so auffällt und dann skifahren ja nämlich ergebnis zur kenntnis habe so das grundwissen aber nichts was ich kommentieren könnte aber wo wir sie jetzt hier als experten fußball experten haben müssen natürlich gleich mal ihre prognose abfragen wer deutscher meister wird bei münchen oder borussia dortmund die wette würde ich halten nicht gut genug und zu weit weg nein dortmund hat schon spielt schon eine eine faszinierende saison hinrunde jetzt geht es wieder von vorne los sechs punkte ist nicht so dramatisch aber es ist ein pfund ich bin mal gespannt wer wie die dortmund in die saison reinkommen wenn sie weiter fliegen werden sie es schaffen und frau professor kiechner sind sie denn in dem thema überhaupt drin sie meinen fußball thema ja am rande schon ein bisschen schon klar kriege ich natürlich mit weil bei uns wird ja nicht nur die bundesliga ventiliert sondern auch die premier league die spanische liga die italienische liga es gibt ja nicht nur meinen mann mit dem namen reif sondern hat ja drei söhne und die haben auch das fußball gehen das heißt das fußball thema ist bei uns immer präsent da müssen sie mit und ich werde damit konfrontiert genau wie sieht es bei ihnen aus mit fußball ja da ist es auch sehr spannend nicht als südtirolerin da weiß man ja nie genau ob man jetzt zu deutschland hält oder zu italien kommt immer darauf an wer dann gerade weltmeister ist und da wird dann mit gejubelt das ist ein bisschen opportunistisch weil sie gesagt haben dass die den marcel reif vorher noch nicht gekannt haben mit ihren freunden gesprochen haben was haben ihre freunde erzählt über marcel reif also erstens mal waren alle sehr sehr angetan also es kennt sie jeder herr reif das muss ich echt sagen und die sagen sie werden gerne mäuschen werden gerne dabei und natürlich kam als erstes diese geschichte mit dem tor also ich sollte mir das unbedingt auf youtube anschauen zusammen mit dem günter ja auch war das anscheinend einschaltquoten mäßig zehnmal mehr wie das spiel selbst also es muss was ganz besonderes gewesen sein ich muss das noch mal noch haben sie da einen bestimmten satz den sie besonders noch im gedächtnis haben wo sie sagen das war der beste in diesen zweieinhalb stunden wahrscheinlich der beste beim ganzen leben noch nie hätte einem spiel ein tor so gut getan wie heute weil es gibt diese diese schote die man nicht verwenden darf mehr weil sie millionenfach schon gesagt wurde ein tor würde diesem spiel gut tun und durch diese das ding das haben wir dann selber über den satz gekirrt also der war das war angemessen der war also man muss wissen dass da das tor einfach zusammengebrochen ist kann ja sein dass es nicht spielen weil sie kein tor echt wirklich kein tor im physischen sinne hat ja nicht nicht als als treffer würden sie das noch mal mit sich machen lassen ein solches bild von sich malen lassen ja klar frau gallmetzer hat es ja auch wahnsinnig angenehm gestaltet also ich musste dann nicht stundenlang tagelang modell sitzen sondern oder stehen genau sondern wir haben uns zweimal getroffen das braucht natürlich auch seine zeit aber sie hat die fotos gemacht und dann an den fotos gearbeitet ist für modell natürlich auch sehr angenehm und wenn man dann auch noch so ein tolles ergebnis sieht ist es sehr erfreulich und ja ich würde es jederzeit wieder tun ok starke frauen bleibt ein thema von ihnen wer soll es denn als nächstes werden also drei frauen sind schon in der warteliste so zu sagen das ist einmal frau bärknecht das ist eine ganz tolle unternehmerin aus der schweiz und die dritte frau ist jana gallus professor jana gallus die unterrichtet in berkeley an der university war vorher modell und hat jetzt drillinger bekommen also auch sehr spannend ich könnte mir vorstellen dass die ein oder andere der das jetzt sieht ihr bild und unser gespräch dass dann jemand auf sie zukommt und sagen entweder mal mich selber oder ich kenne da jemand der es auch verdient hätte wie würden sie damit umgehen ich würde mich wahnsinnig darüber freuen weil ich denke das ist auch teil dieses projektes erstens dass man mit menschen in austausch kommt und frauen vielleicht kennenlernen die im verborgenen ganz großes leisten das wäre natürlich das beste was aus diesem projekt da herauskommt muss sich natürlich auch immer finanzieren also wie machen sie das das natürlich ein guter punkt in der kunst und in der malerei zum teil wird es entweder privat finanziert das heißt also die porträtierten haben lust das bild selbst zu erwerben und ansonsten ist man auf sponsoring angewiesen damit das projekt weiterleben kann okay an dieser stelle viel erfolg noch mit ihren weiteren projekten in beiden danke ich ganz herzlich dass sie uns haben teilnehmen lassen als sie dieses bild sozusagen zum ersten mal gesehen haben und viel spaß damit das war menschen in münchen mit jörg von hofen menschen in münchen wurde ihnen präsentiert von der legend akademie